Hallihallo, ich begrüße euch ganz herzlich aus dem Weingeschäft in der Bergmannstraße in Berlin. Ich bin Peter und heute möchte ich euch gerne was über den passenden Weißwein zu Fischgerüchten erzählen. Im Allgemeinen empfehle ich zu Fisch einen leichten, frischen und säurebetonten Wein mit ausgeprägter Mineralstruktur. Bei einer kräftigeren Zubereitungsmethode wie beim Grillen oder Braten kann man auch mal einen im Berg ausgebauten Wein nehmen. Als Allrounder und passend zu vielen Fischgerichten öffne ich heute den Sorcerre vom Weingut Crochet an der Loire in Frankreich. Warum diesen Sorcerre? Durch die ton- und kalkhaltigen Böden erhält der Wein eine straffe Säure und eine feine, elegante mineralische Note. Schöne Strohgelb, schöne satte Farbe. Da bin ich in Frankreich. Das riecht nach Frische, das riecht nach Säure. Stachelbeermandeln. Das sind schöne Töne im Glas. Wo kriege ich jetzt Fisch her?